So, und zwar möchte ich jetzt kurz mal demonstrieren, wie so eine digitale Job-Kampagne im Endeffekt aussieht. Ich scrolle zum Beispiel in meinem Freizeitverhalten auf Facebook am Abend vielleicht einfach mal durch und werde dann gecatcht von einer Job-Kampagne. Das Hotel, das Zeit, das ist mir mittlerweile ein Begriff, aber ich wusste bislang nicht, dass hier auch ein Haustechniker gesucht wird. Das ist jetzt in diesem Beispiel einfach mal schon mein Metier. Ich komme aus dem Sanitärbereich, habe auch schon mit Elektroinstallationen Erfahrung und irgendwie spricht mich das Ganze an, bin auch so ein bisschen so ein Jobzweifler. Im aktuellen Job fühle ich mich nicht mehr ganz wohl, die Aufgabenstellung taugt mir nicht mehr und 10 bis 20 Stunden wären jetzt mal so für die nächste Zeit ziemlich ideal, weil ich zu Hause vielleicht auch gerade beim Hausbauen bin. Genau, ich schaue mir das Ganze mal an, habe einmal alle Informationen, Haustechniker. Ich gehe einfach mal auf jetzt bewerben, ich traue mich da jetzt und sehe, okay, da gibt es noch ein bisschen mehr Informationen. Dein Aufgabengebiet, technische Problemlösung, überhaupt kein Problem. Da kenne ich mich aus. Das solltest du mitbringen, Kenntnisse im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär. Auch das ist gegeben. Spitzengehalt über dem KV. Genau zu diesem Punkt wollte ich gerade kommen, denn ich will ja auch wissen, wo ich circa an bin und vielleicht mit meinen Qualifikationen kann ich mir dann ein bisschen was rausschlagen. Okay. Noch Fragen? Na, eigentlich momentan nicht, aber da wartet noch eine knifflige Aufgabe auf mich. Auf einem Zimmer läuft die WC-Spülung. Wie löst du das Problem? Ach, das ist überhaupt kein Problem für mich. Da habe ich eine Antwort parat. Zulaufventil schließen, Spülkasten öffnen und so weiter und so fort. Nur Problemo, weiter und genau, so schaut das dann aus. Und wenn ich jetzt auf Weiter klicke, zack, kommt auch schon die Bewerbung rein. Inklusive Telefonnummer, meiner Antwort, Name, E-Mail. Was ist jetzt zu tun? Wir haben sozusagen Facebook, Instagram unter dem, unter Meta sozusagen im Background, haben wir jetzt verbunden mit der zuständigen E-Mail-Adresse der HAI-Abteilung oder der Ansprechperson. Da haben wir ein Zwischentool geschaltet. So kommt das Ganze dann im Postfach im Endeffekt an. Und wichtig ist, jetzt innerhalb der nächsten Stunden gleich mal beim Bewerber melden, theoretisch gleich mal ein Bewerbungsgespräch ausmachen, ein erstes Kennenlernen oder noch die Unterlagen anfordern. Genau, so läuft das digitale Recruiting.